Hallo und willkommen bei Hartverrat. Hier das Update des 1.800 Euro Gaming Computers Juni 2020. Als Prozessor der AMD Ryzen 7 3700X mit 8x3,6 GHz. Er hat einen Turbo-Takt von 4,4 GHz, 65W TDP, unterstützt Dual Channel, hat SMT, das bedeutet er hat insgesamt 16 Threads und man kann ihn wie jeden Ryzen Prozessor frei übertakten. Preisleistungstechnisch einen Spitzenprozessor und es sollte für Gamer die nächsten 3-5 Jahre auch super ausreichen. Als Kühlung diesmal eine Wasserkühlung, eine Silentium PC Navis 240. Es ist eine gute Wasserkühlung, außerdem kann man mit ihr den Prozessor leise kühlen. Ein Upgrade eines Prozessors steht auch mit ihr nichts im Wege. Nun zum Member, das MSI X570 Tomahawk WiFi. Es hat USB 3.1 SATA 3, 4 DDR4 RAM-Bänke, PCI-Express 4.0, 2 M2 Slots, 7.1 Sound und ein MAU-Panel, einmal PS2, zweimal USB 2, Anschlüsse für die WLAN-Antennen, zweimal USB 3, dreimal USB 3.1 und einmal USB-Typ C, eine LAN-Buchse, übrigens 2,5 Gigabit schnell und 5,3,5 Millimeter Klinken sowie ein Tostlink für den Sound. Es ist ein sehr mächtiges Board an sich und ich habe es extra ausgewählt, damit man auch später den Prozessor gut aufrüsten kann, zum Beispiel auf die nächste Ryzen-Generation, den 12 oder 16 Kerner. Nun zum Arbeitsspeicher, 32 Gigabyte G-Skill Trident Z, DDR4, 3600 und CL17 sind sehr, sehr schnell. Es ist ein Dual-Kit, was heißt man kann in einem Dual-Gen-Modus betreiben und 32 Gigabyte sind für eine sehr lange Zeit noch genug. Nun zur SSD, eine 1 Terabyte Silicon Power P34-A80, es ist eine sehr schnelle NVMe-SSD und 1 Terabyte sind für die meisten unter euch locker ausreichen. Weiter geht's mit einer 8 Gigabyte Pellet GeForce RTX 2080 Super. Danke ihres sehr großen Kühlers ist sie relativ leise, es hat als Anschlüsse für den Monitor 3x DisplayPort und 1x HDMI und mit ihr sollte man die meisten derzeitigen Spiele auf WQHD auf den höchsten Einstellungen flüssig spielen können. Weiter mit dem Netzteil, ein 650 Watt Seasonic Focus GX. Es ist ein Single-Rail DC-DC Netzteil mit 80 Plus Gold und Kabelmanagement und 650 Watt sind für den PC mehr als genug. Und zu guter Letzt das Gehäuse, ein Corsair Carby 275R. Es ist ein elegantes, schickes Gehäuse mit sehr viel Platz für Komponenten. Außerdem sind zwei 120 Millimeter Lüfter bereits vorinstalliert, aber natürlich könnt ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Das war's dann auch soweit mit der Zusammenstellung und jetzt zeige ich euch noch Komponenten, die ihr nehmen könnt, wenn ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben wollt. Ein Terabyte Gesamtspeicher reichen euch nicht, kein Problem. Zum Beispiel 50 Euro gibt es eine 2 Terabyte Festplatte von Toshiba, damit habt ihr dann denke ich mal wirklich genug. Ihr könnt natürlich auch 3 Terabyte oder 1 Terabyte kaufen, ist ja euch belieben. Falls ihr denn in Zukunft wirklich einen 12 oder 16 Kerner aufrüsten wollt und auch trotzdem noch einen leisen PC haben wollt, dann solltet ihr vielleicht direkt eine 360 Millimeter Wasserkühlung kaufen. Die Navis 360 kostet ungefähr 20 Euro mehr, ist natürlich dann ein bisschen aufwendiger zum Verbauen, aber es passt ins Corsair-Gehäuse. Und da habt ihr dann ein bisschen ein leiseres Erlebnis. Also auch die 240 Millimeter Wasserkühlung wird es wahrscheinlich schaffen, wird dann halt aber aufdrehen müssen. Wenn ihr euch den PC selbst zusammenbauen wollt, sowas aber noch nie gemacht habt, dann schaut gerne auf den Link in der Beschreibung. Dort habe ich eine Videoreihe verlinkt, wie man einen PC zusammenbaut, relativ einfach und ganz anfängerfreundlich. Wie gesagt, einfach auf den Link in der Videobeschreibung gehen. Oder ihr möchtet lieber direkt einen fertigen PC kaufen, dann schaut mal auf meiner Webseite nach, Link in der Videobeschreibung. Dort habe ich den Hardware-Rat 1800. Der Fertig-PC hat auch einen 3700X, 32 GB RAM und eine 2080 Super. Allerdings ein etwas günstigeres Mainboard, ein kleineren Kühler. Und als SSD ist eine 256 GB NVMe und eine 1 TB SATA-SSD verbaut. Es ist halt ein bisschen anders. Dafür ist der PC halt direkt zusammengebaut und Windows ist installiert. Das heißt, wenn ihr den zu Hause oder wenn ihr den dann nach Hause bekommt, einfach anschließen und loslegen. Das war es dann aber auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls die Zusammenstellung älter als ein paar Monate alt ist, bitte in die Beschreibung schauen. Dort auf den jeweiligen Link klicken. Dieser führt euch immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video.